Jo Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu GOLFILD mit der Nussknacker Map gegen Polly und Frosty Schaut das wieder bis zum Schluss lassen, um rauszufinden, warum Frosty so gut gelaunt ist und viel Spaß beim Video Runde Nummer 1 Frosty, ich habe den Leuten gesagt, wir finden raus, warum du so gut gelaunt bist. Was bedrückt dich? Ich bin glaube ich ein bisschen zu weit, also ich bin direkt eingeflogen, ich fliege viel zu weit Okay, so, easy Ah, ich brauche vier Schläge, mindestens Ah, okay Hä, ich verstehe die, oh mein Gott, ich verstehe die Frosty Wieso bin ich denn so hart am Schlagen? Ich hau voll leicht Warte mal, müssen wir noch was umstellen? So Musikleiser, das ist aber nicht das Ding, wo man jetzt liegt, Steuerung Mausgeschwindigkeit machen wir mal auf 1 runter Stärke machen wir auch mal auf 5 Geht das jetzt besser? Nein Okay, nein, das ist zu wenig Leute, ihr müsst euch vorstellen, wir haben halt den PC jetzt von mir aufgesetzt, darum sehe ich auch so dumm aus Darum gehe ich einmal kurz hin und mache meinen Ball wieder in der normalen Farbe, wie ihr ihn kennt Weil, sind wir mal ehrlich, Chat Wir alle spielen Golf nur wegen dem roten Ball Nein? Schade, ich dachte, es wäre so Okay Ah nein, ich habe mir noch nicht die Sense wieder hochgedreht Stärke wieder auf 10 Anwenden Fortfahren, okay Hä? Hä? Imagine, imagine, ich war nur drinnen Du kannst auch durch die Rolle Ja, okay Sagst du mir das erst jetzt? Hä? Du bist so ein Troll Du bist so ein Troll, Polly Ich kann nicht mehr Schade Du kannst auch da oben rein Oh, Lull Komm, wirklich Chillig Was ist ein guter Schlag? Hä? Wie viele Schläge hast du gebraucht insgesamt? Das sage ich dir nicht Mein Gott, wo bin ich? Wo bin ich hin? Wo muss ich landen? Wir spielen Fortnite Joachan Und ich finde den Weg nicht Wo muss ich lang? Ah, ist mir falsch Natürlich. Oh mein Gott, in 3. Guck mal, Pauli in 2. Nee, vielleicht, ah, Glück gehabt. Ich hab's halt wirklich in 2 geschafft. Ich dachte, ich wär krass, weil ich das geschafft hab, aber reicht nicht. Frosty schafft auch. Guck mal, hat's aber mehr gebraucht, weil der Weg nicht kannte, aber guckt es dir an. Guckt es dir an. So macht das ein Macher. Frosty, was sagst du dazu? Easy going, easy going. Oh nein, Frosty, bitte hau mich nicht. Hä? LOL, Frosty. Ich bin rot, du bist grün, zusammen sind wie ne Ampel. Nee. Pauli muss gelb nehmen, Gruppenzwang. Gar nix. Du musst gelb nehmen, Gruppenzwang. Nie im Leben. Oha, okay, war's ein bisschen zu hart. Ja, bisschen leichter. Oha, oha, oha. Clean. Ich hab's geschafft. Ihr müsst da hoch und dann in so ein Loch rein. Da gibt's voll viel zur Auswahl. Frosty ist in falschen drinne. Bin drin. Und in das will die auch rein. Und drinne, let's go, Pauli. Ich bin heute an Fleek. Wie gut steinkt du denn in Fleek? Äh, Fleek. Fliake. Okay. Oh. Oh mein Gott. Das ist der Hall in One Weg. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Hä? Hall in One Weg? Wie hast du das gemacht? Also ich hab Hall in One gemacht, ja. Ja, aber nicht über den Weg. Du bist... Einen anderen Weg. Über Frosty weggegangen, ja. Bin auch drin. Was geht, Frosty? Was ist denn? Ich hab zwei Schläge ein bisschen gerästet. Du hast dein kleines Problem mit. Aber egal. Ja, schade. Das ist voll weit weg. Hä, wo ist das Ziel? Bin ich dumm? Das ist ganz weit weg. Hab's aber. Die zwei. Oh mein Gott. Das ist einfach nur... Es ist eine optische Täuschung. Ich kann nicht mehr. Es war nur optische Täuschung. Ich dachte, das wäre Dings. Reden wir nicht, ob wir das auf easy gedankt haben. Ich dachte, das wäre näher. Frosty ist hinter den Dingern. Das ist riesengroß, das Ziel. Warum siehst du das nicht? Es gibt aber noch irgendeinen Weg. Das ist ein Portal. Ja, hat er. Hat er. Hat er genommen. Oh. Frosty, der Raymaker. Der Raymaker! Und... Ah! Ah. Frosty. Ich kann er drücken F und machen mit viel Schwung. Mit viel Schwung? Okay. Genug Schwung? Sag an, bitte. Hm. Nein, ich bin nicht Out of Map geflogen. Ah, okay. Nicht genug Schwung. Tut mir leid. Nichts hat ein bisschen Wertschwung. Verstanden. Er macht es halt wirklich hole in one. Ich kann nicht mehr. Ich glaube, für Schwung war halt wirklich der Way to go. Und ich troll ihn halt dafür. Aber egal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin perfekt oben gelandet. Hä? Man muss... Wie? Hä? Wie wickt? Oh mein Gott, das ist so schlecht. Bitte. Okay. Und... In zwei. Ja, in zwei. Oh mein Gott, wie clean. Was ist los, Polly? Er ist oben auf der Kante stehen geblieben. Hier, guck. Du machst doch zu wenig Schwung, Bro. Wie willst du das so schaffen? Du brauchst mehr Schwung aus dem Handgelenk. Guck's dir an. Der wär immer noch zu wenig. Bro, mit Schwung. Mit so BAM! Als würdest du den einen reinhauen wollen. Ich hab dir ein Pausenbrot geklaut. Jetzt hab ich... Guck mal, Pausenbrot geht er sofort los mit. Du schaffst das, Polly. Jetzt hab ich F gedrückt, Junge. Und jetzt hast du halt zu viel Schwung. Nie im Leben. Doch. Du dumm. Komm Polly, er hat ein Pausenbrot geklaut, aber der hat dir die Hälfte wiedergegeben. Okay, dann passt jetzt. Nee, oder? Nee. Das sieht sehr schlecht aus, meinem Freund. Na? Ja bitte. Ich glaub nicht, dass du da oben liegen bleiben wirst. wird er wirklich kann nicht mehr ich kann nicht mehr voll die hat für so ein einfaches doch neun schläge gebraucht okay okay hey was geht jungs alle von uns sind nicht direkt ins ziel eingeflogen wollen wir sagen wir machen so lange erst bis wir rechten durch die loch einfliegen ist und lustig poli ist der spaßgrenze davon bevor die nächsten lochautos joks machen ich mal noch mal neu da gab es keinen richtigen weg bist du los da oben gibt es vier richtige wege ne glaube ich du nicht so gut gefunden ich dachte aber gibt es nicht gibt es nicht fast nicht hast du nicht gefunden es gibt ja gar keinen richtigen weg willst du was finden was es nicht gibt sag mal bitte einfach finden obwohl es nicht geht alle kleiner tipp du musst leicht nach links schauen du musst gleich nach links schauen irgendwie nicht hab ich einfach nur getreut die tactics in welches loch muss ich denn überhaupt rein jetzt mittel ich muss nach vorne weg fliegen das heißt so wie ich es heute gemacht habe so leicht okay ich weiß ich weiß ich weiß ob ich jetzt schon anders aufbauen kann aber irgendwie fliege ich immer hierhin letzter schlag wir machen das jetzt ganz sanft ganz sanft ganz sanft ja keine schläge mehr das ist auch aber egal hallo poli du musst auch durchsorge gehen ist halt echt so poli es ist nicht der richtige und dann treu poli es auch noch ich bin schon lange im ziel wenn du den leben weg gegangen bist alle blicken ich bin schon beim ziel also ich habe es geschafft ich auch poli muss auch das so wie man jetzt in die regel gehalten eigentlich also leute egal ob poli jetzt erster sondern nicht ich rechne ihn aber zwölf schläge drauf welche regeln wir haben noch gesagt machen den coolen weg und zu so ich bin langweilig scherz poli ja ja und dann zwei minuspunkte sagt sie alle außer dir aber sie sagt das frau sie sagt dass keine sagt dass du poli nicht ich habe ohne wollen geschafft keine ursache bei den sechster wieder muss oben muss oben rein ok ok übertreibt ein bisschen härter kannst du dich schon mitnehmen das sollte oben diese kurve reinkommst genau jetzt war das ein bisschen ist bist du drin kein ding ich bin halt ein freund weißt du ich helfe dir ich sagte so du musst so machen und so und so und drehen und wenden dann bist du drin das machen freunde für einen andere leute ist geben einfach ihre freunde ich will keinen namen in poli ich will keinen namen ja kann ich will auch keine namen oha er sagt ich gern ihn wo habe ich dich gescannt sagt mal bitte ja poli ist schon traurig ja das ist richtig du bist traurig okay wir müssen hier hoch das ist das ist so könnte das ist so könnte oh mein gott wer hat gleichzeitig mit mir gehauen und hat mich dann weg gehauen ich mein freund sie warst du das mein freund ich habe secret ray oh mein gott kalle du musst auf diese plattform oh mein gott und da musst du ganz langsam runter rollen lassen auf welche plattform geh mal drück mal f ja da ganz langsam dass du runter rollst dann habe ich doch gerade gemacht ja und warum hast du nicht geschafft weil du drück mal f achso dann guck mal wo du jetzt hinfliegst das ist anders heftig über die rampe dann perfekt in das ding rein ich weiß halt nicht ob das ein richtiges lauf ist auch poli mich gerade traurig ja hast recht poli perfekt in das ding rein boah ich bin noch nie perfekt in so perfekt in das ding reingeflogen also crazy das wusste ich nicht sorry nein natürlich sollte der kann jetzt nicht wissen letzt erklärend und guckt euch an chat wie perfekt wir wie sag ich mal chat guckt euch an leute wie perfekt wir dieses ding reinfliegen ist gar nicht so schwierig ich glaube ich glaube ich bin sogar echt nicht wirklich obwoh-nein kann das ich hab voll den wilden zielkeitschule gefunden man fliegt perfekt das ding rein ich hätte einfach den hier machen können wer hole in one drinnen ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr chat der andere wäre gut chat äh der andere weg war besser ist gar nicht so schwierig ich habe polis geheimweg wieder genommen mal schauen ob diese perfekt reinfliegen oder ob wieder nicht hast du wieder genommen tatsächlich aus Versehen ja weil ich nämlich darüber gesprungen gemacht hier rüber gejumpft bin zu weit geflogen und dann halt auf den geheimen das ist schon im ziel poli du bist so ein schwitzer genieße doch einfach die aussicht und wir haben eine wunderschöne eislandschaft und rost ist noch gar nicht im ziel der war clean der war extrem clean habe ich berechnet also habe ich berechnet wie eine maschine kein mensch aufs gleichem boot ich bin AI ich bin AI Generated AI er hat mich gekiebt irgendwer ist auf der bahn stehen geblieben poli ja poli ist halt einfach oh mein gott ich hab gescheatet poli ist halt einfach poli Holly, sagst du hast gescheatet, guck mal, ich cheate jetzt. Ehrenlos, der cheatet. Ich bleibe auf irgendein Ding drauf. Okay. Bin drin. Das Ding ist einfach, diese Spirale ist eigentlich nur Timerace gewesen. Ja, die ist absolut nur Timerace gewesen. Die war so hart Timerace, ich habe noch nie was gesehen, was so hart Timerace ist. Und, ja, okay, ich bin weit weg von der Strecke. Okay, Winkel anpassen und yeet. Kalle bounce mich. Bestimmt nicht. Ich muss den anderen Weg nehmen, hier und ich den, der ich in den Zugang, muss man nicht so bouncen, Digga, werde ich schon verarscht. Guck ich nämlich hier links lang. Rechts lang meine ich. Dann gehe ich hier runter und easy. Ey, wo bist du denn lang? Ich habe halt einen anderen Weg gefunden. Ja, warum werde ich zurückgezippiert? Achso, ich hatte den richtigen, aber... Oh mein Gott. Hä? Und... Ich bin drinne. Ich bin drinne. Ich bin drinne. Ich bin drinne. Let's go! Ich bin drinne. Ich bin drinne. Ich bin drinne. Hat meine Mama immer gesagt. Was machst du? Was? Und was machst du? Jetzt? Hau, den Ohren reingehen. Oh mein Gott. Ich auch. Ich bin genau in die mittlere Loch und... Ich bin genau in die mittlere Loch. In die mittlere. Nicht mit leer, sondern mit heere. Okay. Ich gehe einfach rechts lang. Ich gehe links, ist der Weg. Pass auf, weil der züpfel ich. Boing, 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 boing. Boah, okay. Ich halte mich relativ mittig, obwohl ich rechts reingestartet bin. Ich bin links reingestartet, ich komme rechts raus. Jetzt wurde ich abgedriftet. Oh mein Gott. Wer von hier aus nicht Hole in One macht, ehrenlos. Bei uns nicht reinköll. Nein, wir machen 11 und machen Hole in One. Polly, das wäre sonst ehrenlos. Ja, hey, klar, das ist das übelstmöglich. Das hat mir ein bisschen Glück verbunden, aber es ist doch insane. Komm, wir gehen hier rüber. Ich brauche noch eine Stunde, bis wir hier runtergucken. Ja, das heißt, wir haben so eine gewisse Anzahl von Versuchen. Das heißt, wir müssen überlegen, wie wir das am besten anziehen. Wo wir reinschlagen und gucken. Da, der Wammel. Ich habe es, glaube ich. Ich gehe von hier rein. Nein. Ich mache den Kanzler. Oha, oha, oha. Komm, komm, Kalle, loo. Ich bin mittig, ich bin sehr mittig. Am Ende bin ich falsch abgebogen. No way. Aber egal, wir schaffen das. Ich bin mittig, nur nicht perfekt. Nein, 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 bitte. Ja, nein, ja. Ich habe es. Oh mein Gott, Polly hat es wirklich. Polly hat es wirklich. Chat, Polly hat es. Ich meine, Leute, Freunde. Wieso sage ich immer Chat, Leute? Ich bin kaputt im Alkopf. Ich habe es. Ich habe es nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen, Polly. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen, Polly. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Habe ich dir geholfen? Sehr weit. Okay, du bist dran, Polly. Du schaffst das. Oh mein Gott, stopp, stopp, stopp. Geh mal zurück, geh zurück, geh zurück, geh zurück, geh zurück, stopp, stopp, stopp. Oh mein Gott, wir sind so dumm. Hinter uns war noch ein viel besserer Weg. Nein, der hat zum anderen Level geholt. Ja, aber du kannst dich das trotzdem nehmen. Nein, ich habe schon versucht. Ich wollte aber nicht schummeln, so wie du. Ich habe auch nicht geschummelt. Du hast mich weggehoben. Ich habe wollte dir helfen. Hast du den nicht. Doch, doch, habe ich. Ich habe dich dabei geholfen, deine Motivation wieder zu finden. Was war das für ein Schlag? Was war das für ein Schlag? Du musst schon, da ist noch einen da vorne, Bro. Weiß ich doch. Aber halt das Richtige, ich glaube, das ist falsch. Weil da landest du halt auch genau da, wo du gerade gelandet bist. Aber ich finde diese Röhren voll satisfying. No joke, ich finde solche Röhren richtig satisfying. Du musst, guck, du siehst, von dir aus gesehen, nein, 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 nein. Oh mein Gott, du bist so quick. Du siehst unter dir, na, fun, Conny, das ist falsch. Ich hasse, oder? Nee. Entschuldigung, das geht doch gar nicht. Vor dir ist so eine Rampe, die so ein bisschen runtergeht. Direkt vor dir, du musst die Rampe nehmen. Und dann kommst du in das Loch rein. Und das kannst du trotzdem nutzen. Man, nee, alles wegen vier. Easy hole in one. Hole in one. Hole in one. Two. Ich bin auch dabei. Let's go, Frost Team. Du kannst es schaffen. Verbinde deine Kraft. Härter als Leid. Nee, heller. Nee, heller, nicht härter, hab ich dumm. Du schaffst das. Du hast Sterne in deinem Rücken drin. Und die helfen dir, dass du über den Mond fliegen kannst. Boah, crazy. Hole in one. Oh, Kalle, hole in one. Oh mein Gott, das ist so unlucky. Es ist so rigged. Das kann man niemandem erzählen. Es ist so rigged. Easy, Jungs. Easy, Jungs. Imagine, ich hole in one. Imagine, nicht unter drei. Oh, Polly. Wird mir stinken. Was, ich bin nicht unter drei. Du bist nicht unter drei, sag ich ja. Hä? Hä? Ja, guck mal, wer cheatet. Hä? Ich war perfekt in der Mitte. Da hat das Mist. Ja, genau. Ich war auch perfekt in der Mitte. Danke. Ich bin auch perfekt. Ja, du bist. Ja. Schade, dass ich getrollt werde hier. Am laufenden Bande werde ich getrollt. Ich wurde zurückgesetzt. Ich nicht, ich bin drinnen. Und zwei. Und zwar, cringe, wer mehr als zwei Schläge braucht. Äh. Hä, da bin ich gar nicht hingekommen. Was für ehrenlos. Ehrenlos. Ja, wo musst du überhaupt hin? Du musst, das ist eine Rampe, die fährt hoch und runter. Wenn die unten ist, musst du drauf und wenn, dann musst du mit der hochfahren, dann bist du im Loch drin. Aber halt drauf, wenn die unten ist. Du warst doch schon, oh mein Gott, Frau Stie, du musst du hören, bis die unten ist. Und dann fährst du hoch und dann rutschst du runter und dann bist du da hin. Geht doch. Ich war zu einem Handelsklub. Was, was? Ein Handelsklub. Ich wollte in einem Handelsklub. Handelsklub. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du wirst in den, der lefty ist, glaube ich, der way to go. The right way is the left to go. The frosty way is the way to go. Oh, fast. Okay, fast, fast, fast. Wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das. Ich hab's. Möglich. Ja, so bleibt hier. Easy. Jetzt war ganz im Ernst. Wie? Wie? Wie, 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 wie? Ja, guck mal. Hey, das ist doch das Falsche. Der ganz linke, Kalle. Der ganz linke. Da ist Aufhalt. Der ganz linke ist doch richtig. Ach so, links. Ich dachte rechts. Den hab ich doch gemacht, aber guck mal, da passiert sowas hier. Ja, da passiert ins Loch rein hier. Das hab ich gleich viermal gemacht. Und dann fiel mir daneben. Reden wir nicht drüber, okay? Doch. Okay, du musst ein bisschen härter machen, Torsi. Ich hab's so hart gemacht. Und? Und? Eigentlich müssen wir schon Hole in One schaffen, oder? Ja, ja, hab ich auch. Und dann wirklich. Also, und? Ja, ich bin auch nicht mitgenutzt. Hä, ja, und? Ich hab auch Hole in One. Was ist für ein Call? Das ist die Rampe nicht mitbenutzt. Hä? Hä? So, 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 so. Es muss sein so. Ja, plötzlich wird die neue Regeln, weil ich drin bin. Und es ist halt nicht so schwer, wie er dachte. Okay. Hä, wo fliegt man da hin? Wenn man gut ist, dann doch. Ja, sollen wir jetzt rein. Okay. Okay. Ich bin hier drin, ne? Pass auf, ich zeige dir. Tada! Bin drin. Bin hier auch drin, aber. Also, du musst, ich geb dir einen Tipp, okay? Ich geb dir den Tipp. Mach F. Also, zurück auf Anfang. Das kannst du eigentlich Hole in One schaffen. Geh direkt links an die Wand ran und nutzt so weit wie möglich den Schwungwinkel, den du haben kannst. Also, nicht an... Ey, den ich im März habe, ich hab schon geschafft. Genau. Genau, das war ein bisschen hart, ein bisschen schwächer. Bei hinten kommt noch ein Speedpad. Ein bisschen härter. Genau, schöner Winkel. Aber ein bisschen zu hart. Na, zu langsam. Das war zu hart, Bro. Du musst in diese Kuhle rein vor dir. Okay. Hole in One, sonst zählt nicht. Nein, Spaß, aber auch nicht von Mama. Genau, du musst in diese Kuhle vor dir rein. Ja, die hat mich weggebounced hier einfach. Ja, tut sie auch, weil sie nicht ins Loch bounced. Nein, mich hat zweimal schon daneben gebounced. Ja, das ist natürlich doof, Polly. Weißt du, was das ist? Echt? Das ist das Karma. Weißt du auch, wofür? Wofür? Für den Schlag, den du dich nicht gehalten hast. Oh. Oh, jetzt will das Boostpad dich nicht haben. Ich gucke hier rein. Dann geh doch da rein. Oha? Oha? Oh, der war schön. Ich wollte eigentlich in die Mitte, aber... Ist doch egal, der war schön. Darum konntest du damit ans Ziel kommen. Okay, sie sind genau wirklich. Okay, hier gibt es 15.000 Löcher. Welches der Löcher nehmen wir, Chad? Ich glaube, das hier anscheinend. Wir gehen hier rein und das fügt mich... Dann auch in einen drin. Nicht ins Loch. Hey, Polly, wie geht's dir? So, mit Direkt-Hole-One oder? Ja, komm, lass direkt-Hole-One machen. Ich glaube, man muss eins in die mittleren Löcher schaffen. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Aber irgendwie... Du hast ja nicht Wolle-One gemacht, Du hast ja drin nochmal geschlagen. Nee. Natürlich! Ich bin beim ersten drüber gesprungen. Ja, ja, ja. Beim ersten Schlag. Ja, schon, Wiederholung. Ja, 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 ja. Es ist easy. Jedes Loch ist richtig gefühlt. Ja, aber nicht drinnen. Doch. Ich wollte halt hinter der Rampe in das Loch rein. Mann, du bist schlecht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, was? Ich war drinnen und jetzt bin ich einfach ins falsche Loch, weil ich... Ah, schmutz, Digga. Ich wurde gepustet. Hey. Ich habe es mit diesen Drehbewegungen geschafft. Hey, ich schlieg hier. Kalle musste ich vom letzten so boosten lassen, noch recht. Ja, jetzt... Schaffst du es nicht? Doch, ich schaffe es nicht. Wolltest du gerade sagen, ich schaff es nicht? Wolltest du gerade sagen, ich schaff es nicht? Ja, 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 ja. Leute, seht ihr was für Leute, die spielen muss? Keiner wünscht mir Glück. Alle wollen, dass ich verkacke. Gar nichts von beiden gesagt. Turk sag ich ja, du wünschst dir kein Glück. Ich wünsche dir Glück. Und danke. Im Leben und nicht in Golf wird. Aber ich brauche doch Glück in Golf wird, damit ich dich besiegen kann. Hey, wie lange will ich hier noch sein? Ich brauche auch eine halbe Stunde, bis ich reinzukomme. Ich brauche auch noch. Let's go. Let's go. Where are you? No joke, dass wir dem am Ende, wo die einen richtig boosten, finde ich voll cool. Aber das erste war Krampf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich dachte schon, Polly. Ich dachte auch. Dann hättest du nochmal neu machen müssen, bin ich dir ehrlich. Dann hättest du nochmal neu machen müssen. Ja, was ist das denn? Achso, ist Aufzug. Nein. Ist Aufzug, oder? I think so. Ja, ist es. Nicht. Ah, er hat's gesehen. Hä? Was hab ich da gesehen? Ich war doch schon längst mal aufzudrin. Imelch, ich drück einfach so F. Ich bin der erste beim Rutschen. Dafür bist du doch der erste, der halt aus Schrox geht. Oh. Also ich bin nicht gerade erst. Also ich bin nicht gerade zweiter, Kalle. So wie du. Willst du jetzt etwas damit andeuten? Polly. Maccaroli. In the noly. In the solely. Hm. Ja, es gibt noch einen anderen Weg. Alter, vier. Aber Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst es an der Check. Die Jungs haben gesagt, bis zum nächsten Mal. Euer Kalle. Ciao.